Er hat sich mehr ausgerechnet, ganz bestimmt. Er will gewinnen, ist ein Siegertyp. Aber wahrscheinlich auch dieser junge 17-Jährige aus dem Zillertal, Miniorenweltmeister 1991 und Zweiter der Vierschanzentournee hinter Nierminnen. Jetzt könnte er den Spieß umdrehen. Konzentriert sich jetzt ganz extrem. Muss locker anfahren. Genau, verriechen wir jetzt am Punkt. Geht nach. Ganz knapp wird das. Das wird ganz knapp. Er hat einen kleinen Bonus nach dem ersten Durchgang. Das darf man nicht vergessen von viereinhalb Punkten. Das ist viel. An dem Zehrer. 3,80. Er ist Zweiter und freut sich aber auch über den zweiten Platz. Ernst Vettori ist der Sieger. Ich Olympiasieger. Das ist unwahrscheinlich. Der dritte ist Tony Jemenen der Falle. Das ist Heinz Kutin.